...und ein großartiger Künstler, wie ich Ihnen das gleich weiter erzähle. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, es ist eine kurze Pause. Da steht Ihnen ein Getränkebüffet zur Verfügung, das Sie gegen Spenden, freie Spenden, das Sie dazu innerhalb des Hauses. Auf jeden Fall viel Glück und bitteschön. Vielen Dank. Liebe Gäste, heute ist der Segure in Russland. Es ist ein nationalverhältnis der russischen Nationen. Mit diesem Hintergrund ist es als Mutter des heutigen Abends das Zitat von Schiller aus oder Antifreide seit umschlöten Millionen. Lassen Sie uns das Verstehen als ein Angebot, der andere Brüder des Friedens Antidellen. Teilen wir doch alle einmal die Freude und die Liebe gemeinsam. Finden wir Versorgung in diesen unruhigen Tagen. Erspüren Sie an diesem Schermann die Liebe in der Kunst und in unserem allen Leben. Ich hoffe sehr, Ihr könnt mir die Vibration des Lichts, dieser Botschaft der Friedenserspürung selbst behaupten. Unsere Programme haben sozusagen gestrickt, dass wir schon in Deiner Inhalte, in Deiner Fahnen durchziehen. Aber wir sind verschieden, ein bisschen Künstler. Und dass es nicht alle zusammen auf die Brüder gleichzeitig etwas hintereinander spielen. So wie jeder heißt. Wir sehen, jetzt beginnen wir zu zweit mit Marokka. Und wir haben, wie gesagt, motorlöser Arm ist seit umschlöten Millionen. Und wir wurden von Schiller. Aber auch natürlich alle wissen, dass mit Beetholen das halt auch was zu tun. Und wir haben ja alle in der Regel wieder die Vibration der Sympathie, und heute in der Regel wieder die Vibration der Sympathie, und heute in der Regel wieder die Vibration der Sympathie, damit wir wieder aus dieser Ehebricht kommen. Und heute in der Regel, das ist ja sehr aktuell, ja jetzt. Ich hole Romance. Wir 나서ven. Vielen Dank. 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 ZANG EN MUZIEK 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 Bravo! ZANG EN MUZIEK APPLAUS ZANG EN MUZIEK 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 Es folgten zwei russische Programme, die begleitet von Riechlein. Anatoly wird das Ganze mit der Kramgitarre begleitet, die er mit seinem Lehrer vor vielen Jahren entwickelt hat. Das Besondere an dieser Gitarre ist, dass sie jeweils sechs Stahlseiten und sechs Neidenseiten haben. Das Ganze gibt neue Möglichkeiten, Lieder und Stücke zu interpretieren. Sie sind nämlich jahrelang in die ganze Welt gereist und haben das Musikern vorgestellt. Die Gitarre ist jetzt schon sehr beliebt unter den verschiedensten Musikern. In Amerika wurde sogar ein Zeitungsartikel über die Gitarre veröffentlicht. Die waren schwer geeintet davon, weil genau wie die Musik einfach flüssig ist und sich ständig entwickelt, entwickeln sich genauso die Instrumente mit. Also habt ihr ein besonderes Ohr darauf, was für eine neue Interpretationsmöglichkeit bei euch besteht. Die zwei Gedichter, in anderen Formen, wie es so schön ist in der Romantik. Zwei Begegnung. Zwei Begegnung. Zwei Begegnung. Zwei Begegnung. Zwei Begegnung. Amen. Und die Sterne im Himmel bereiten und die silberbereiften Kirschwäume vom Traum im Herzen. Höchst uns an einen lauten Zürcher und komm langsam herbein, wie ein Schatten. Vergiss nicht den Schal in der Schulter. Mit der Exentüge kommen wir fest. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Gott wird die Zeilen an den Nasen. Gott wird die Zeilen an den Nasen.